Anonymous Appel für die Freiheit Hallo freie Menschen dieser Welt Wir haben ein Recht darauf, aus dem Rahmen zu fallen, wenn wir es können. Wir wollen weder unsere Freiheit gegen Wohltaten hergeben, noch unsere Menschenwürde gegen Möder gaben. Wir haben gelernt, selbst für uns zu denken und zu handeln, der Welt gerade ins Gesicht zu sehen und zu bekennen, was sie ist. Die Lehre von den meisten Staaten ist eine Ausrede für Gewalt, wie von USA, England, Deutschland oder Frankreich. Wir sind in schweren Zeiten, Massenmedien belügen uns und führen einen schlimmen Trag gegen die Menschen, vor allem gegen Libyen. Seit Februar 2011 starben, hunderte Zivilisten aufgrund von NATO-Bomben. Der Krieg wird mit tausenden bezahlten Rebellen und Sädener aus Ägypten, Tunesien und Saudi-Arabien und mit NATO-Rebellen geführt. Die Al-Qualdad-Shihad-Kämpfer, die sich über die Massenmedien-Libysche Freiheitskämpfer nennen, treiben die Frauen und Mädchen auf die Lastwägen und transportieren sie zu Massenvergewaltigungspartys für die NATO-Rebellen. Wer sich weigert, wird vor den Augen der Ehemänner oder Väter vergewältigt. Wenn die NATO-Rebellen fertig sind, schlitzen sie den Frauen im Hals auf. Die Libyen-Kriegslüge ist das hässlichste Weltereignis zur Zeit, aber auch in Deutschland tut sich was. In Berlin, auf dem Alexanderplatz haben sie das erste echte Demokratie-Jetzt-Kämpf errichtet. Akamba da, sie zeigen Solidarität mit Griechenland und Spanien. Dort mischt sich aber auch ein westlicher demokratischer Staat ein, und die Berliner Behörden behindern ein friedliches Protestcamp und versuchen das Weste die Demonstration aufzulösen. In Spanien, Griechenland oder USA ist die Revolution immer noch im Gang, es werden noch viele westliche Länder folgen. Wie wir in Deutschland sehen, die Menschen fangen an zu begreifen, dass die wahren Diktatoren in ihrem Heimatland das Land regieren. Die Unterdrückung von Palästine durch Israel nimmt seit mehreren Jahrzehnten auch kein Ende und ist leider immer noch bitterer Alltag. Auf den Anti-G8 und Anti-G20-Demonstrationen herrscht auch noch brutale Polizeigewalt, und das in angeblich demokratischen Ländern. Aber nicht nur in Palästine herrscht Unterdrückung, und nicht nur auf Anti-G8 und Anti-B20-Treffen gibt es brutale Polizeigewalt. In den meisten westlichen Ländern ist brutale Polizeigewalt die Norm, und viele Länder in Afrika werden von westlichen Ländern unterdrückt. Wann endlich begreifen wir, dass man mit wenigen nur sehr wenig erreichen kann? Wir begreifen, dass sie uns durch ihre Propaganda viele Feinde dahin hinstellen, manche gibt es nicht. Des Öfteren sind die meisten Organisationen gegen die Menschen demonstrieren, von denselben bizarren Organisationen finanziert, der NATO oder CIA, um von ihnen selber abzulenken. Wir müssen das Problem an der Wurze packen, die Kriegstreiber anzeigen, verlangen, dass die Kriegstreiber ihren Sitz aus der Regierung nehmen. Der Krieg ist Friedenpropaganda in Filmen, Spielen und Politik der westlichen Länder, vor allem der USA, müssen sofort aufhören. Seit 60 Jahren schauen wir zu, wie wir in einer Welt voller Lügen leben, angefangen von der nicht existenten Demokratie im Westen, Wir haben angefangen zu den über 200 Kriegen mit Millionen von unschuldigen Toten Zivilisten, wir sprechen hier von über 200 Millionen Toten, die unsere so feinen Führer des Westens umgebracht haben. Wir müssen aber jetzt endlich damit anfangen, Zivilen ungehorsam zu leisten, uns zu empören und uns zu engagieren und boykottieren. Wir müssen anfangen uns zusammen zu schließen, wir haben das Internet und können uns sehr leicht miteinander vernetzen, Telefonnummern austauschen wäre auch innerhalb von ein paar Sekunden möglich, falls mal das Internet richtig zensiert wird. Wir sind alles nur Menschen auf dem ganzen Planeten, und im Grunde genommen haben wir all denselben Feind, die Kriegstreiber. Wenn wir hier erstmal los sind, haben wir ein freies Palästine, keine Kriege mehr gegen arabischen Länder aufgrund von Rohstoffen, keine unnötigen Toten mehr mit Waffen, die G8 und G20 wäre aufgelöst, weil dort viele Kriegstreiber sind, die Ausbeutung zum Früh unsere kleinen Luxusgüter. In der dritten Welt wäre auch zu Ende und die dritte Welt würde endlich zu uns gehören, eine echte Demokratie könnten wir in vielen Ländern aufbauen, und als Vorbild könnten wir Island nehmen, die sogar ihre Verfassung über Facebook umändert, das ist echte Demokratie, wenn das Volk an den Gesetzen und Politik nicht bestimmt. Mit Internet wäre, eine lique Demokratie, eine direkte Demokratie möglich. Also lasst uns alle zusammen tun, und gegen die Kriegstreiber kämpfen. Unterstütz alle das Protestcamp auf dem Alexanderplatz. Unterstütz alle die Proteste NATO-Massaker in Libyen zu binden. Unterstütz alle Proteste der Anti-G8 und Anti-G20. Unterstütz alle Proteste, wo die Menschen vor ihrer Freiheit einstehen. Sucht Kontakt in den Protesten auf, und im Internet, verbindet euch, vernetzt euch, sprecht miteinander, helft euch gegenseitig. Lasst euch nicht heilen, schließt euch zusammen, ihr steht alle für dasselbe ein. Nur gemeinsam sind wir stark. Verbindet eure Protestbewegungen, und lasst eine massive weltweite Revolution auf die westliche Welt zukommen. Am 15. Oktober 2011 oder früher, um endlich die Kriegstreiber von der Macht zu entfernen. Ein kurzer Appell an Soldaten, Polizisten und andere Staatsdiener, vertraut euch nicht Barbaren an, um Menschen, die euch verachten und denen euer Leben nichts wert ist. Ihr seid für sie nur Sklaven. Ihr habt das zu tun, das zu glauben und das zu fühlen. Ihr werdet gedreht, gefüttert, wie viel behandelt, und seid nichts weiter als Kanonenfutter. Ihr seid viel zu schade für diese verwirrten Subjekte, diese Maschinenmenschen mit Maschinenköpfen und Maschinenherzen. Ihr seid keine Roboter, ihr seid keine Tiere, ihr seid Menschen. Kämpft nicht für die Sklaverei, kämpft für die Freiheit. Daher im Namen der Freiheit, lasst uns diese Macht nutzen, lasst uns zusammenstehen. Lasst uns kämpfen für eine neue Welt, für eine anständige Welt, die jedem an gleiche Chancen gibt, die der Jugend eine Zukunft und den alten Sicherheit gewährt. Geh zu Protesten und steh dafür ein, an was du glaubst. Steh ein für alles, was richtig ist. Steh auf und sag du bist anonymes. Wir sind anonymes. Wir sind viel. Wir vergeben nicht. Wir vergessen nicht. Erwarte.